Wir sehen hier noch die Überreste des anderen Schiffs, das sie reparieren müssen, aber wir haben sie gehen lassen, denn sie haben uns eine Rakete bekommen, äh, gegeben, sie haben uns eine Rakete bekommen, super deutsch, ne, ähm, gegeben und deswegen gehen wir jetzt hier in den Store und gucken mal, was es hier Schönes gibt, denn dort können wir auch die Rakete verkaufen und das machen wir auch, die braucht nämlich drei Energie und so viel Energie habe ich überhaupt nicht, so, und was gibt's denn hier Schönes? Oh, ein Drohnenkontrollsystem, das nehme ich auf jeden Fall mit, das ist super, äh, Drohnenkontroll, denn ich habe ja schon eine Drohne hier, äh, super cool, und ich habe immer noch 52 übrig, das heißt, ich repere mich hier mal und kaufe mir ganz viel Fuel und, äh, warte jetzt mal kurz, muss jetzt mal hier mein, mein, mein Management machen von meinem Drohnchen, so, Repair Drohne kommt da hin, okay, äh, IT-Chip Drohne 1, das heißt, ich brauche noch zwei Energiebalken und die kaufe ich mir jetzt hier, einen, kann ich noch irgendwas verkaufen, ähm, Pikebeam, ach, ich fände das ja schon ganz nett, obwohl, brauche ich den, ja, ich hebe mal auf, verkaufen kann ich nicht, später immer noch, ähm, und, ich habe schon zwei Energie, wie kommt das, ach so, hier, genau, hier muss noch eins hin, ah, interessant, wird jetzt irgendwie durch das, ah, nein, das sieht nur so aus, genau, ähm, unter dem Zoltan grünen Schild, liegt ja mein normales Schild und das wird ja immer heller, umso mehr Power ich reinhau und ich dachte jetzt, weil das grün heller wird, dass mein Zoltan Schild auch, äh, stärker wird, aber das stimmt nicht, das ist nur eine optische Täuschung, mhm, keine optische Täuschung ist, dass das hier ganz gut aussieht und ich jetzt eigentlich nur einen weiteren Energiebeigen brauche und dann kann ich meine Anti-Chip Drohne ansteuern, wow, 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 und das wird auch nötig sein, denn dieses Schiff, ähm, hat schon einen fetten Beam hier und sowas am Start, deswegen werde ich das jetzt so machen, ich nehme jetzt den Halllaser und schieße auf ihr Schild, den Halbert Beam nehme ich hier lang, um ihr Sauerstoffsystem und ihr, äh, ihr Waffensystem anzugreifen, die Rakete nehme ich, ich habe 25, das reicht dazu, erstmal noch, nehme ich mal auf ihr Waffensystem, das muss schnell weg und dann nehme ich von meinem Schild einen Balken runter und mache meine Chip Drohne an, Anti-Chip Drohne an, genau, weil diese drei Balken, die machen mich ein bisschen, ja, die schießt auch dauernd daneben, die, die doofe Drohne, äh, nochmal, hallo, was ist denn hier los, na endlich, so, ah ne, ihr Beam ist immer noch da, das ist nämlich ein echt fetter Beam, und ich hoffe, dass meine Rakete, äh, so, nein, nein, die Rakete nicht mehr und den Halllaser, der kommt weiter als Schild, genau, ich muss mich hier ein bisschen orientieren, ich habe jetzt mittlerweile ziemlich viele Waffen, die ich hier ansteuern muss, sehr gut, machen wir schon das Schild weg, sie bieten uns das an, aber das nehmen wir nicht an und da sind sie gegangen, okay, das war einfacher als ich dachte, also einfacher, wir haben zwei Raketen investiert und einen Drohnenpart und so, das ist natürlich nicht ganz so optimal, ah, okay, jetzt kann ich einen Energiebeginn kaufen und damit mein Schild hoch und die Drohnen auch noch verfahren, sehr gut, das läuft doch ganz gut, oh, hier ist noch ein Store, da müssen wir jetzt leider durch, äh, ich hätte ja gerne mehr, obwohl ich könnte den Pike Beam vielleicht verkaufen, hm, ja, ich weiß noch nicht genau, weil ich überlege, ob, ähm, wenn ich nämlich mal Raketenwerfe runterfahre später, dann kann ich den Pike Beam ja noch, könnte ich den ja noch anfeuern, wenn ich mal, und dann geht's hier hoch und hoffentlich ist es kein Plasmasturm, kein Plasmasturm, sehr gut, und es gibt nur, so, Hallaser auf die Schilde, Halbert Beam auf alles, so, und Rakete brauchen wir, denke ich, nicht, und ich denke auch nicht, dass wir eine, eine Drohne brauchen, denn das Chip hat ja nur zwei Energiebiken, hm, ja, schön, also, läuft doch bisher ganz gut, wenn's so gut läuft, dann hab ich immer so ein bisschen die Vermutung, dass es daran liegt, dass ich aus Versehen auch, äh, leicht gestellt habe, im Schwierigkeitsgrad, aber ich hoffe nicht, dass es der Fall ist, ähm, und ich überlege jetzt, in einem Fall wie diesem jetzt eben, wenn ich jetzt den, 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 noch ein Energiebalk mehr hätte, im Waffensystem, dann könnte ich nämlich den Pike Beam noch einsetzen, und dann könnte ich die richtig schnell auseinandernehmen, muss ich mal gucken, wie viel Auflehrzeit der Pike Beam eigentlich hat, das würde auch gut funktionieren, genau, da wäre er eine Sekunde später fertig als mein, ähm, eine Sekunde später fertig als mein, mein Laser, und das würde dann einiges an Chaos, erwarten, denke ich, denke ich, hoffe ich, zumindest, so, ähm, den nehmen wir noch mit, ich hoffe, das ist kein Plasmasturm, oder kann ich, nee, kann ich nicht, genau, also nehmen wir den mit, hoffentlich kein Plasmasturm, sehr gut, kein Plasmasturm, Gott sei Dank, aber hier ist auch dafür gar nichts, und dann würde ich sagen, nee, können jetzt auch nichts mehr machen, geht's zum Exit, und dann weiter, oh man, wir haben für diesen Sektor noch 5 Minuten bisher gebraucht, das ging also ratzfatz, das ist natürlich vorteil, dass wir jetzt schon im nächsten Sektor sind, aber ein bisschen blöd, dass wir, Zoltan Rebellen, ich nehme mal Rebellen, Zoltan Schiff haben wir ja nur schon, ähm, das ist natürlich ein bisschen blöd, weil wir haben wenig, äh, bekommen, meine ich, ja, weil man so schnell einen Sektor durchgeht, obwohl, naja, hat vielleicht nicht unbedingt so viel mit der Zeit zu tun, hoffentlich, ach man, 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 es gibt hier Eindringlinge, aber egal, so, machen wir das so, oder nee, ich mach's mal andersrum diesmal, na, ne, ich meine, den Beam andersrum legen, es soll im Drohensystem anfangen, und dann hier runter gehen, und die Eindringlinge, da würde ich sagen, kümmern sich hier Ariel und Charlie drum, und die Drohne ist ein bisschen doof, aber sollte eigentlich zu lösen sein, ich mach mal die Tür auf, falls die irgendwie reinkommen wollen, nee, wollen sie nicht, die wollen nur mein Türsystem kaputt machen, ähm, was mach ich da, ich könnte die beiden hier oben mal reinsetzen, genau, damit die, das Türsystem ist mir erstmal egal, obwohl, naja, mehr oder weniger, wow, wow, warum, warum schießen die so deutlich hier, das gefällt mir gar nicht, ähm, jetzt sind sie in der Med Bay, das heißt, ich muss jetzt mal runter, und meine Med Bay anfeuern, so, genau, oh, da brennen es jetzt bei mir drin, das ist natürlich nicht so schön, ich werde mal meine Drohne, nein, die kann ich nicht aktivieren, weil mein, ähm, weil ich nicht genug Energie habe, ich mach mal meinen Raketenwerfer aus, den brauch ich jetzt eh grad nicht, und mach die Drohne ab, genau, so, jetzt bekämpft die da mal schön, und, ja, also, äh, ein, ein härterer Kampf, als ich gedacht hätte, aber sollte eigentlich, komm schon, beam, jetzt, beam, Angebot ist nicht so gut, jetzt mach dann mal weiter hier, so, Rakete fliegt vorbei, wunderbar, das ging, doch noch ganz okay aus, jetzt muss ich nur schnell mein, 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 äh, Türsystem reparieren, ansonsten säts hier, ist hier nicht so gut, warum geht der jetzt da raus, hallo, ja, er will hier noch als Held, ähm, das Sauerstürsystem kaputt machen, in der Hoffnung, dass ich dann, fair, nicht verdurste, nicht verhungere, ähm, wie heißt das, ersticke, genau, ersticke, ähm, ähm, ja, ja, genau, renn da lang, meine Güte, na, jetzt mach mal ein bisschen hin hier, ich muss meinen, Sau, Sauerstoff ablassen, ah, hier, das Feuer breitet sich, drastisch aus, und ist jetzt sogar im, 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 äh, Türsystem Raum, aber, meine, heldenhaften Charlie und, ja, genau, ne, es, es bindet ja auch, wenn man harte Zeiten durchlebt, ja, es bindet aneinander und, ähm, bringt ein Enger zusammen, und das ist natürlich super für Charlie und Ariel, die ja, gerne etwas Zeit miteinander verbringen, und, am Ende dieses Let's Plays hoffentlich heiraten, vielleicht, vielleicht geht da ja was, und dann gibt es irgendwann kleine Ariels und kleine Charlies, alles, ist gut, genau, äh, ja, toll, Charlie, verliert gerade wieder Leben, dann kannst du gleich nochmal zurückkommen und dich wieder heilen, weil hier gerade nicht so viel Sauerstoff am Start ist, okay, Sauerstoffverteilung, heute ist wieder viel Heilmanagement nötig, so, Raketenwerfer geht wieder hoch, äh, Türen gehen wieder zu, und, ich brauche noch, noch ein bisschen Scrap für meinen nächsten, ähm, jetzt springe ich jetzt mal hier hin, für meinen nächsten Punkt an, äh, an, an Waffenenergie, wo ich dann meinen nächsten Beam einsetzen könnte, und hier geht wieder was ab, kann ich hier ein bisschen rüber, ne, okay, dann werde ich den mal hier lang setzen, und eine Rakete einsetzen, um auf ihr Schild zu gehen, und ich nehme auch mal meine Antischip-Drohne, Diese drei Schilde plus Beam plus Ionenwachen plus Laser Sind etwas viel, würde ich sagen So, Rakete brauche ich jetzt wahrscheinlich hoffentlich nicht mehr Jawohl, sehr gut, das funktioniert ganz gut Ja, also ich habe hier auf jeden Fall eine Menge offensive Power, würde ich sagen Also, das funktioniert soweit eigentlich ganz gut Jetzt kommen wir schon mal, genau Mit der Drohne und, 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 genau Das funktioniert eigentlich echt gut Allerdings muss ich sagen, ich mache mir noch ein bisschen Sorgen, wenn es dann zu vier Schilden hoch geht Aber jetzt erstmal ein Power mehr in den, in meine Energie So, da ist das Maximum ausgebaut Jetzt brauche ich nur noch ein Energiebalken mehr Das brauche ich fünf Scraps, sollte das kein Problem sein Und dann bin ich in der Lage, den Pack Beam auch noch anzuwerfen Wenn ich meinen, ähm, wenn ich meinen, meinen Raketenwerfer nicht brauche Ich brauche allerdings noch fünf Scraps dafür Und ich überlege, ob ich mir, ne, ich repariere mich lieber Und kaufe mir noch ein bisschen, ein bisschen Fuel Es ist nämlich so, dass ich, 25 Scraps zu bekommen, ist es nicht so schwer In dieser Phase des Spiels Aber, äh, Reparatur zu bekommen, ist schon schwerer So, wir helfen hier natürlich Was ist das denn, hallo? Ich meine, okay, die haben, die haben viele, ähm Die haben viele Waffensysteme, aber ein Problem ist das ja jetzt nicht wirklich Oder wie, aber gerade nicht mit unserem Zolltanschiff Also, so eine Drohne ohne Schild, das ist ja ein Witz Ja, das sage ich jetzt und gleich schießen die Und dann ist wahrscheinlich alles bei mir sofort kaputt Hm, da schießen sie noch eine Rakete Aber die sollte trotzdem nicht durch unser Schild durchkommen Okay, das Schild ist zwar jetzt kaputt Aber trotzdem, kein Problem Kein Problem Ich tauche schon mal meinen Peak aus Obwohl, jetzt kann ich den ja sogar schon anwerfen Solange ich keine Drohne verwende Kann ich meinen, meinen Pike Beam auf jeden Fall anwerfen Das ist doch cool So, was habe ich gesagt? 25 Scraps zu bekommen ist kein Problem Investiere ich jetzt doch gleich mal Und kann jetzt den Pike Beam anwerfen Und dann muss ich nur sehen, dass ich vor einem Kampf mich entscheide Ob ich Rakete will oder ob ich, ähm Pike Beam will Und dann eben das entsprechend aktivieren Am besten wäre natürlich ein, ein Weapon-Free-Igniter Der, oh, äh, die haben ein böses Drohensystem Ähm, in dem Falle würde ich sagen Ich nehme den Raketenwerfer und schieße auf ihr Drohensystem vielleicht Halle ist auf ihr Schild Und Halbert Beam geht hier durch Ähm, ja, ich habe noch ziemlich viele Raketen Und ich würde mich jetzt erstmal gerne Hoffentlich mache ich genug Schaden Diese, diese Drohnen entledigen Das wäre auf jeden Fall eine schöne Sache Und mit, mit einem Treffer der Rakete Und jetzt noch mein, äh, hoffentlich Halle Laser Beam Dingens Sollte das jetzt, genau Sollte es kein Problem sein Nur eine ist noch aktiv Es brennt hier ein bisschen Kein Problem Soweit hoffe ich Äh, Ariel geht mal in die Na, obwohl, vielleicht warte ich lieber noch kurz Bis ich das Schiff fertig gemacht habe Hoffentlich Ähm, damit ich dann mit vereinten Kräften das Feuer da rausziehen kann Wo dann kann ich jetzt eigentlich auch hier mal Sauerstoff rauslassen So, machen wir es so Äh, und jetzt hoffentlich Schieß jetzt mal Jetzt schieß nochmal Okay, noch, noch einen Schuss brauche ich Genau, aber immerhin sind ihre, ähm, offensiven Systeme alle deaktiviert Kein Problem, also für mich Und Na, komm, beam Auf geht's Ja, ich muss das Timing von den Laser und Beam Auf jeden Fall nach dem Erstmal, nach der ersten Iteration Muss ich das auf jeden Fall besser im Blick behalten Ähm, jetzt muss ich aber erst mal Die MedB im Blick behalten Genau Ansonsten ist keiner verletzt So, und Von dem Geld, was ich jetzt habe Wo ich jetzt gar nicht genau weiß, wo ich es investieren soll Investiere ich jetzt mal in das Sauerstoffsystem Ähm, hier Das dann ein bisschen schneller Wieder den Sauerstoff auflädt Einfach nur, weil ich so ein Gefühl habe Na, ich bin ja schon öfters draufgegangen, wenn es gut lief Weil das Sauerstoffsystem kaputt war Ich meine, ich habe hier noch eine Reparierdrohne Für den Notfall Aber man weiß ja nie Ah, da ist ein Notruf Da gehen wir natürlich hin Und gucken mal, wer da um Notruf Eine schöne Dame vielleicht Die von einem Drachen Nein, kein Drachen Ähm, wir haben einen kleinen Asteroidengürtel Und da ist ein Schiff drin Was ein bisschen um Hilfe schreit Und wir nehmen unsere Repairdrohne Und schicken sie mal hin Und Kriegen Schaden Na toll Äh, wir kriegen Schaden Äh, und das Schiff Äh, geht auch kaputt Ja Wir, wir verlieren einen Drohnenpart Kriegen aber 35 Scrap Und eine Waffe Healing Burst Und den verkaufen wir Direkt im Shop Würde ich sagen Fantastisch Healing Burst ist super Wenn man, äh Wenn man andere Schiffe Entert Und dort eben Leben verliert Und dann, ähm Mit seinem Healing Burst Reinschießen kann Und sich wieder heilt Aber wir brauchen den jetzt hier nicht So Ähm Und, oh, hier gibt's einen Scrap Recovery Arm Jedes Mal Ah, okay, nee Wir, wir kriegen immer 10% mehr Scrap Wenn wir irgendwas auffangen Aufsammeln Und wir können hier den Long Range Scanner Ich glaub, den kauf ich mal Long Range Scanner Ist, ist ne schöne Sache Der ist standardmäßig dabei Im, äh, im, im, im Stealth-Beschiff Dinges So, nochmal heilen Okay, alles klar Ich bin jetzt langsam Ja, genau Jetzt sehen wir nämlich hier Wo hier Gefahren sind Und wo, ähm Wo böse Plasma-Stürme auf uns warten Das, denke ich, ist eine gute Information Ich meine, jetzt ist es ein bisschen spät im Spiel Hätte ich früher vielleicht gebraucht Obwohl ich ja bisher Glück hatte Oh, das ist ein böses Schiff Deswegen Anti-Chip-Drohne an Äh, Raketenwerfer auf ihr Drohnen-System Halbeam Auf ihr Schildsystem Und so weiter Das übliche eben Ich muss jetzt zusehen Dass ich ihre Drohnen ausschalte Der Rest macht mir nicht so viel Angst Aber ihre Wow, die haben mein, mein, mein Zolltanzschild Echt schnell weggeknüppelt So langsam wäre es Ah, eine Drohne ist immerhin kaputt von ihnen Ähm, das heißt, ich brauche jetzt wahrscheinlich Ähm, nicht unbedingt noch einen Ähm, ich weiß nicht, ob ich Äh, ob ich noch einen Raketen Aber noch eine Rakete abschießen sollte Sollte aber eigentlich auch so gehen Hoffe ich Schnell, mach doch mal was Naja, ich nehme mal noch eine Rakete dazu Und zwar auf ihr Drohnen-System erst mal So, trifft sie? Jawohl Okay, Drohnen-System ist auf jeden Fall ausgeschaltet Und der Rest sollte jetzt hoffentlich Nicht so ein riesiges Problem sein Hoffentlich Na Wow, da schlägt er eine Rakete ein Okay, dann investiere ich jetzt noch mal eine Rakete Auf ihr System So Okay Nun, jetzt habe ich weniger Probleme mit Jetzt haben sie nur noch ihren komischen Laser Und das sollte eigentlich Ah, ich sehe hier Äh, okay, genau Also ich muss meine Schüsse besser teilen Äh, weil mein Beam überhaupt nicht mehr durchkommt jetzt Das heißt, ich muss warten bis er da ist So, ihre Laser sollten mir aber keine Probleme bereiten Genau So, jetzt Hall Laser auf ihre Schilde Und jetzt kann ich hier nochmal durchgreifen So, das sieht schon besser aus So, jetzt muss man wirklich aufpassen Also das Autofire funktioniert am Anfang super Aber danach nicht mehr so gut Das war auf jeden Fall ein härterer Kampf, als ich ihn mir erwünscht hätte Oh, jetzt kommt eine Rakete Und? Ah, okay Engines, das ist erstmal Kein Problem So, jetzt nochmal den Hall Laser Genau Und jetzt Bimi Bimi up Scotty Und damit ist es auch gewesen Ja, also Dreier Schiffe machen schon Probleme Und so langsam gehen wir in die Phase Wo es wirklich Äh, unangenehm wird Vor allem wenn es dann Vierer werden Was können wir dagegen tun? Hm, ich weiß es nicht Ähm, ich könnte mir aber vorstellen Dass ich meine Ausweichchance mal pushen sollte Hm, genau Also ich brauche mehr Ausweichchance Und das kann ich natürlich erreichen Nämlich meinen, äh Generator ausbaue Ja Genau Naja Hm, mal gucken Charlie Muss auch mal kurz geheilt werden Java Geht wieder in die Schilde gleich Ich bin Charlie Gehaltes Tschüss Ariel Ich muss wieder zur Arbeit Und ich muss hier wieder meine Waffen verteilen Äh Genau So Mach das mal klar Ist hier alles verteilt Achso, hier sollte ich natürlich in mein Sauschusssystem auch mal einen weiteren Balken investieren So Dann muss ich jetzt hier noch einen dazukaufen Okay So Ähm Wie es weitergeht mit unserem Schiff sehen wir in der nächsten Episode Bis gleich Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal